O Alkohol, o Alkohol, dass du mein Feind bist, weiß ich wohl. Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst auch deine Feinde lieben. Prost, ihr Nutten! Prost! Also, Mädels, das sind eure fälschten Ausweise, ja? Damit solltet ihr ohne Probleme in den Club kommen. Welcher Türsteher ist heute am Start? Heute! Oktal und Thomas. Nancy, wie ist der Erfahrungsbericht von den beiden? Wie machen sie uns reingelassen? Einmal nicht. Stimmt. Und warum wir damals nicht reingekommen sind, wissen wir ja alle noch. Ich sehe es nicht ein, jedes Mal mit Oktal eine Nummer schieben zu müssen, damit wir in den Club rein können. Eine tolle Freundin bist du, eine tolle Freundin! Bummst du doch mal mit Oktal! Will ich ja, aber er sagt, ich stink nach Fisch! Also, ich mache meine Beine heute Abend nicht breit. Und ich dachte, du wärst eine echte Freundin! So, Mädels, wollen wir langsam mal Richtung Club reddern? Mandy, ist doch hell draußen! Ja. Wie spät? 13.20. Ah, da müssen wir noch ein bisschen warten. Deswegen, Mädels! Es trinkt der Mensch, es trifft das Pferd, nur heute ist es umgekehrt! Prost! Hier, sag mal, Lexa, wollte Trisha nicht auch noch kommen? Trisha, die dumme Schlampe kann mich mal! Hallo! Trisha, was geht ab? Hey, ho, let's go! Ich wollte nur sagen, ich hab'n... Ich komm gleich wieder, weil ich hab'n Freund. Geil! Wie, du hast'n Freund? Na, nen Boyfriend! Soll ich die mit küssen und so? Äh, vielleicht ist er ein bisschen schüchtern, weil er kennt hier ja niemanden, also... Tschüss! Mädels, wir müssen jemanden neuen in unsere Gang aufnehmen! Vanessa, ich möchte, dass du uns die Ehre erweist und dass du auf Gebet sprichst! Aber sehr gerne! Ein Hund und ein Schwein gingen eine Ehe ein. Und das Produkt aus diesem Bunde sind wir, besoffenen Schweinehunde! Amen! Amen! Das hat mich sehr berührt, Vanessa! Hat mich echt getoucht, Vanessa! Hat mich echt getoucht! Also Mädels, wenn gleich der Freund von Trisha kommt, der wird nicht angebummst, ja? Das ist der Freund von Trisha! Da lassen wir die Finger davon, ja? Verstanden? Und ich hab'n nicht so schüchtern, ich hasse das! Hast lang, bester Mann! Das geht ab, das ist der Freund von Trisha, oder? Da liegt ein Makar auf dem Boden! Ach das, das ist mein Ex, der hat zu viel gesoffen! Aslan, bester Mann! Ich werd' schworfertig, ich schwörre! Setz ihn doch, Aslan! Aslan, bester Mann! Das war Vanessa, Selina, Nancy, Lexa, ich bin Mandy, die kennt kein Schwein! Geil! Es geht? Was? Es geht? Äh... Boah, Leute, er hat gefragt, was geht zu reden, die coolen Leute in der Stadt! Es geht. Es läuft. Es ist gut. Es läuft. Lexa ist eine Ehrenfrau. Ehrenmann? Aslan, bester Mann! Digga, ich denk, du hast ne Freundin, vielleicht solltet ihr mal lieber... bisschen... Irrenlos, ich flirte, ich will! Vielleicht kannst du einfach mal deine Fresse halten, Mandy! Lexa, wir haben hier Regeln! Wie lautet die fünfte Regel unserer Gang, Lexa? Ähm... Bist du nach dem Kotzen blind? War zu stark der Gegenwind? Nein! Luder vor Bruder! Wir machen uns nicht an Typen von... Aslan, bester Mann! Aslan, du nervst! Irrenlos! Leute, ich merk langsam, die Stimme wird ein bisschen aggressiv hier! Und ich kenn mich auch mit aggressiver Stimmung! Ich hab das erfunden, ja? Also, wir wollen auch lustigen Abend haben wir heute, Mädels, oder? Oder Selina? Hm. Oder Vanessa? Ja, klar! Oder Mandy? Auf jedsten! Oder Nancy? Ich bin dabei, Mann! Oder Aslan! Aslan, bester Mann! Ich will schwuppe euch, ich schwörde! Oder Mädchen, das keiner kennt! Geil! Richtig! Lieber Mond, du hast es schwer, hast einen Grund zur Klage! Du bist nur zwölf Uhr voll im Jahr, wir sind es alle! Tage! Prost! Vielen Dank fürs Zuschauen! Ein großes Dankeschön an euch alle, dass ihr mitgemacht habt! Unten in der Videobeschreibung findet ihr die Kanäle von YouTube, Instagram und schießmichtot! Äh, danke an euch Assis! Und an euch Assis einen schönen Samstag! Bis dann, tschüss und Prost! Bis dann, Prost! Prost! Prost!